Mich hat eine Zuschaueraufgabe erreicht, die mich echt ins Grübeln gebracht hat. Der Flächeninhalt eines Trapeds soll berechnet werden. Alle vier Seiten sind bekannt, aber keine Höhe. Wie löst man diese knifflige Aufgabe? Bevor wir richtig loslegen, solltest du wissen, wie der Satz des Heron funktioniert. Den brauchen wir hier nämlich und ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, sondern bloß die Formel nutzen. Weißt du nicht, wie der Satz des Heron geht? Schau dir bitte erst das entsprechende Video an. Keine Sorge, die Formel ist nicht nur einfach, sie ist auch echt hilfreich. Sehen wir uns unser Trapez mal an. a ist 6 cm, b ist 3,5 cm, c ist 1,5 cm und d ist 4 cm. Wir wollen den Flächeninhalt des Trapeds haben. Die Formel dafür lautet a ist gleich 1,5 mal klammer auf a plus c klammer zu mal h oder a ist gleich m mal h. m kann man leicht berechnen, das ist 1,5 mal klammer auf a plus c klammer zu. Aber egal welche Formel wir nutzen, uns fehlt die Höhe. Darum müssen wir uns als erstes kümmern und das ist recht aufwendig. Der Satz des Heron hilft uns hier, mit ihm können wir den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen, von dem wir alle drei Seiten kennen. Wir brauchen also keine Höhe. Das ist fast wie bei unserem Trapez, bloß haben wir hier nirgendwo ein Dreieck. Wir können aber eines konstruieren. Verschieben wir die Seite b parallel so lange nach links, bis sie durch den Eckpunkt d geht, entsteht ein Dreieck und ein Parallelogramm. Dabei wird die Seite a unterteilt. Rechts ist sie so lange wie die Seite c. Links bleibt dann der Rest der Seite a, also a minus c, übrig. Nennen wir das Stück mal x. Das wären 4,5 cm. Die Seiten b und d kennen wir. Unser neues Dreieck lässt uns den Flächeninhalt jetzt mit dem Satz des Heron berechnen. Der Satz des Heron ist lang, aber einfach. A ist gleich die Wurzel aus, s mal Klammer auf, s minus x Klammer zu, mal Klammer auf, s minus d Klammer zu. x, b und d sind klar. S wiederum hat seine eigene Formel. Das ist der halbe Umfang des Dreiecks. Also rechnen wir erst den Umfang aus. u ist gleich 4,5 plus 3,5 plus 4, das sind 12 cm, die Hälfte davon sind 6 cm. Das ist es. Jetzt setzen wir das alles in die Formel für den Satz des Heron ein. a ist gleich die Wurzel aus, 6 mal Klammer auf, 6 minus 4,5 Klammer zu, mal Klammer auf, 6 minus 3,5 Klammer zu, mal Klammer auf, 6 minus 4 Klammer zu. Der Flächeninhalt des Dreiecks ist 6,71 cm². Warum haben wir das gleich nochmal berechnet? Weil wir jetzt mit der gewöhnlichen Formel zur Flächenberechnung eines Dreiecks die Höhe ausrechnen können. Wenn x die Grundseite des Dreiecks ist, ist die zugehörige Höhe auch die Höhe des Trapez. Die brauchen wir unbedingt, um den Flächeninhalt des Trapez zu berechnen. Also nutzen wir das doch aus. a ist gleich 1,5 mal x mal h. 6,71 ist gleich 1,5 mal 4,5 mal h. Dann ist h gleich 2,98 cm. Obwohl wir die Formel für den Flächeninhalt des Dreiecks benutzt haben, kennen wir nun die Höhe für das Dreieck und das Trapez. Und damit haben wir endlich alle Angaben, um den Flächeninhalt des Trapez auszurechnen. a ist gleich 1,5 mal klammer auf a plus c klammer zu mal h. a ist gleich 1,5 mal klammer auf 6 plus 1,5 klammer zu mal 2,98. Damit ist a gleich 11,18 cm². Wow. Ganz schön aufwendig. Aber ehrlich gesagt mochte ich diese Aufgaben schon in der Schule lieber. Wenn man immer alle passenden Angaben hat und sie bloß in eine fertige Formel einsetzen muss, muss man ja im Grunde nichts können. Man liest ab, setzt ein und drückt auf dem Taschenrechner rum. Aber sowas wie das hier erfordert Köpfchen. Wer den Satz des Heron nicht kennt, kommt nicht weiter. Aber der Satz des Heron ist eben auch bei Dreiecken echt praktisch. Darum sollte man den irgendwo schon mal gehört haben. Es lohnt sich.